Nur die tapfersten aller Supporter lassen ihre Weekend League Rewards vom Onkel Tom öffnen. Bomi ist so nice. Und wir drücken ihm die Daumen für die krassesten Karten ever. Hoffen alle auf Mappi in Rot und anbleiben. Däumchen drücken auf Facebook und bitte in die Kommentare schreiben, was euch krasses gegönnt worden ist, falls ihr die Weekend League schon fertig habt. So. Was haben wir denn? 3x1 von 5. Holy shit. Alter. 100kpeg, 125kpeg und das Primitino Sieg. Nette Mappe lieber tradable oder lieber in Rot? Außenro ist das sehr OP, ja. L2. So. Rot ist immer besser. Ist cooler, ne? Aber tradable wird es ja eh nicht verkaufen. Aber du könntest ihn verkaufen, wenn du den nächsten bekommst. So. Wir freuen uns mit Bumi über 3x1 von 5 Playerpicks. Ein 100kpeg und ein 125kpeg und ein super krasses Team of the Weekpack. 50.000 Münzen und die Autoqualität. 2x1 von 5 Achso. Genau. Viel Glück. Das ist ja... Ja. Ja. Gucken wir mal. Äh. Kameras oben. Jo. 2x1 von 5 1. Und da ist... Oh Gott. Ach du Schande. Ich hoffe, wir steigern uns diesmal. Letztes Mal war umgekehrt. Das ist die beste Pack zuerst. Jetzt kommt das beste Pack zum Schluss. Und ähm... Ja. Ich nehme mal ein Rating, oder? Ist irgendwas Spezielles bei Was Dein Herz erfreut? Fürs Portugal T. Wlachobt stimmt. Der spielt bei mir sogar. Und... Oh, Toni. Im ersten Monat auf Stufe 1. Sorry. Wir haben gerade die Alerts aus. Achso. Doch. Da war es. Ja. Dankeschön. Muss ich halt rausschneiden. Abo ist wichtiger. Vielen Dank und herzlich willkommen. Im ersten Monat. Ja. Krass. Toni. Dankeschön fürs Abo. Komm gerne auf den Discord-Server. Wenn du diese Community 24-7 ertragen kannst. Und viel Spaß mit den Emotes. So. Und Red Player Pick Nummer 2. 1 von 5. Glück gewünscht. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay. Wie schon gesagt. Also wir... Sämtliches Karma. Sämtliche positiven Vibes. Die ganze positive Energie befindet sich im letzten Pack. Buanga. Ist MLS Frankreich, Spanien, Argentinien. Ich weiß nicht. 57 Pace. 57 Pace. Oh, nee. Ich würde auch einfach Buanga nehmen. MLS Gabun. Winnst du mit... Hier ist doch... Links. Auberlinken. Sieht fast genauso aus, oder? Ein Buanga. Ein Buanga. Alter Schwede. So, jetzt müssen wir irgendwas... Ich weiß nicht. Nosepick. Karma beschwören. Big Om. Om. Frankreich. Stürmer. Frankreich. Stürmer. Frankreich. Stürmer. Nosepick. Und let's go. Ah, du Scheiße. Ich könnte jetzt sagen, ja, Frankreich Stürmer. Ich weiß, ich hätte noch den Namen dazu sagen müssen. Aber wir haben halt zwei Mappe Trolls. Wir haben Lackgassett und Grießmann. Beides Mal Frankreich, beides Mal Stürmer. Was willst du machen? Aber es hat ein bisschen geholfen. Wir konzentrieren uns dann aufs Tradable Pack. Hier siehe, den Verein auch noch zusagen. Ey, Lacka ist auch cool. 4,4 Sterne. High High Work Rates. Super krass. Keine Trades. Oh, weia. Ach so, wenn ich nicht, ist doch wurscht. War ja klar. Dafür schwitzt man sich in den Bernschluppi. Die sind aber schon unterdurchschnittlich, oder? So, das machen wir mal zum Schluss, weil da ist ja Mappe Tradable drin. Und weißt du warum? Weil da ist dann Mappe und der Milly, weil dann musst du dich nicht entscheiden. Guck mal, bei den Player Picks wären die gekommen in einem Pack vielleicht. Wird auch doof gewesen. So hast du alle drei dann. Das wäre auch krass. Oder sowas hat es auch noch nie gegeben. Also ich habe es noch nie gesehen, oder? Dass man so richtig zwei, drei richtige Banger drin hatte. Ne, ne? So, wir fangen an mit dem 100k Pack. 24 Spiele alle Gold, alle selten. Jumbo, seltene Spieler Pack. Raum drücken. Boomy. Let's go. Scheinwerfer. Italien? Äh. Ah. Ah. Oh. Das ist frech, ne? Immerhin in Absturz in Form. Noch einen 84er. Alter. Die Packs können richtig bei. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, Boomy. Noch schlimmer wäre ich ziehe bei mir morgen was cooles und bei euch nicht. Dann wäre noch schlimmer. So. Nachdem das 100k so richtig gegönnt hat, nicht gehen wir ins ultimative 125k Pack. Weiß ich Spieler, alle Gold, alle seltene. Ich dachte schon Hummelze. Ey, Süle ist cool, den spielen viele. Oh mein Gott, ey. Dann auch für Bayern Boomy noch einen Süle gezogen. Alter. Passt zu der WL, oder? Mati stark. Oh Weier. Ey, das ist nicht lustig, Jungs. Alter, ein 125k Pack. Bodenlos. Bodenlos. 85 und 84, der Rest schmutzt einfach. Und Austria Wien, danke fürs Follow. Herzlich willkommen. Die Leute sind leider geradeaus. Da muss ich mir die Frage stellen, ob es sich überhaupt lohnt, in Zukunft fürs 14 weiter zu spielen. Ich sag doch, mach neun und dann ist alles gut. Saarland asozial, dank fürs Follow. Die Leute sind leider immer noch aus. Und Michael, wo kommt ihr denn? Ey, wenn ich mal die Leute ausmache im Video. Danke für die Follows, herzlich willkommen. Wir müssen schnell und wenn die wieder anmachen, dann kommt keiner mehr. Wir machen jetzt das Premium Team Wir machen jetzt Karma, wir machen wir machen Frankreich, Vivla France Frankreich, Frankreich, Frankreich. Dann machen wir Stürmer, Taktor und wir machen PSG, 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 PSG. Und den Nose Pick. mehr geht einfach nicht. Mehr Karma geht nicht. Komm, gib ihm. Frankreich. Frankreich. Ja, ist es jetzt halt doof für mich, was soll ich sagen? Ich glaube, das war das schlimmste Pack Opening ever. Bei 14 Siegen. Das ist so krass, dafür schwitzt man traurig. Oh mein Gott, die schlimmsten Rewards ever. Ist so, oder? Also ich glaube nicht, dass ich die Pineapple butcher, da ist ja wieder der Ananas Metzger. Von 7,0 auf 7,4. Ja, ist doch klar, dann kommen die Big Boys, wenn du 7,0 vorlegst, trotzdem durchziehen. Oh mein Gott, das tut mir so leid, echt. So, jetzt habe ich mal die Alerts wieder an, hier. So, sind sie wieder an. So, jetzt könnt ihr wieder. Zappen, Bits, Folgen, volle Alert Power ist wieder am Start. So, und ich bedanke uns nochmal für Austria Wien, Michael Ehe 92 und Saarland Asozial für die Follows. Mike 18 92 Danke nochmal für acht Monate mit Prime und Tony Black im ersten Monat. Dankeschön für die Subs.